Puh, konnten wir das abwenden? Die Hunde der Krone, die einzigen, die das lesen konnten, werden aufgemerksam gemacht. Ich denke wir müssen hier hinein, so, zack, fahr auf. Und das Jeremis, oh ja, der sieht extrem nach kleiner Töpferlehrling aus. Und als Töpfer habe ich auch immer ein dickes Schwert bei mir. Oder hier ist ein Morgenstern, wie der Kollege hier. Wow, 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 was ist denn hier hinten noch los? Genau. Ja. Oh. Komm da mal runter. Nö, will er nicht. Okay, dann reden wir mal mit diesem kleinen Töpferlehrling. Milords, euer Besuch ehrt mich. Oh ja. Ich bin Töpfermeister Jeremis. Mir gehört diese bescheidene Werkstatt. Wie kann ich euch helfen? Dennis, geh und bring Wein vom Amor für die Lautschaften. Beeil dich. Ja, Meister. Der Wein ist nicht notwendig. Vielen Dank. Wir würden gerne mit einem eurer Lehrlinge sprechen. Ein gewisser Harald Wassner. Er arbeitet doch hier, oder? Harald? Ja, er arbeitet hier. Aber hat er etwas Falsches getan? Ja, ich muss ihn irgendwie beschwichtigen. Nein, nein, habt keine Sorge. Einer meiner Diener hatte kürzlich einen Streit mit ihm bezüglich einer Spielschuld. Diese Situation ist beschämend und ich würde sie gerne geklärt wissen, bevor ich Königsmund verlasse. Ich würde eurem Lehrling gerne selbst eine Wiedergutmachung geben. Das ist sehr bewunderungswürdig von euch, Milord. Ich bin mir sicher, dass Harald dies zu schätzen wissen wird. Leider steht er im Moment nicht zur Verfügung. Er ist nicht hier. Aber keine Sorge, ich werde ihm von eurem Besuch berichten. Halt uns nicht zum Narren, Töpfer. Beruhige dich. Was ist mit dir los? Dem alten Bock steht die Angst ins Gesicht geschrieben, Alistair. Er wird uns den Jungen nicht aushändigen, wenn wir nur nett fragen. Stimmt etwas nicht, Meister Jaremis? Dennis, misch dich da nicht ein. Sears, eure feindlich gesünnte Art ist hier nicht willkommen. Ich muss euch bitten zu gehen. Ach, wenn ich nicht einschreite, wird Verlaa ihn töten. Natürlich. Ach. Dann liebsten wir euch einfach draufhauen, aber ich bin hier eigentlich so ein ganz netter. Halte deine Zunge im Zaum, Junge, wenn du sie behalten willst. Wir sind nur an Harald interessiert, Töpfermeister. Zum Wohle aller, hier wäre es das Beste, ihr würdet uns sagen, wo er ist. Ja, ja, natürlich. Er ist im Haus. Bitte vergebt, Dennis Milords. Er dachte nicht, dass er Schaden anrichten würde. Ich werde ihn auspeitschen lassen, ja. Hier haben wir jemanden, der weiß, wann man kuschen sollte. Seine Art zu kriechen ist erbaulich, Alistair. Du solltest von ihm lernen. Wir müssen Harald finden, Valar. Beeil dich und bring diese Schweinerei hinter dich. So, er greift Harald den Töpfer um herauszufinden, wo sich die Mutterhenne versteckt. Okay, er ist also im Haus. Und da werden wir natürlich gleich nochmal hingucken. Zurück, ihr Mörder! Was? Ihr werdet diesem Jungen kein Haar krümmen. Ah, die Lakaien der Mutterhenne. Ich habe mich schon gefragt, wann ihr zu uns stoßen würdet. Lord Waldmar, was soll das alles? Wer sind diese Männer? Sie sind hinter dir her, Harald. Bleib drinnen, dort bist du sicher. Das werden wir sehen. Jawohl, jetzt gibt's aber aufs Maul. Ja. Ach, wir haben ja quasi einen Bogenschützen, oder? Ich glaube schon. Weiß ich jetzt gar nicht. Zack, machen wir mal den hier. Und wenn nicht, machen wir erstmal mit unserem Kollegen, äh, den jetzt hier, Valar, ein bisschen Remedemic-Metze, Flächenschaden. Das klingt doch gut. Bam, die Feinde, oh mir die fliegen. Okay, wieder zurück zu unserem Alistar. Machen wir natürlich, äh, schnelles Feuern. Inkompetente Waffe. Geh, schnelles Feuern, schnelles Feuern. Zack. Voila, mal wieder. Äh, zack. Du musst hier denn mal ein... Uff. Tot von O. Ach nee, er hat nicht gewusst. Okay. Er kann wieder schnelles Feuern. Komm, du musst hier noch mal ein Gemedze. Ach nee, können wir noch nicht. Wollen wir regenerieren mal? Na bitte. Zack, Gemedze. Und wieder schnelles Feuern. So, haben wir es hinter uns. Harold, lauf sofort zurück ins Hühnerhaus. Warne die Mutter Henne. Bleib wo du bist, Junge. Lauft, wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren. Es rennt der Depp auch nur weg. Ach, er wartet sogar auf uns. Die Pfeiler entlang. Nene, du wirst uns nicht entkommen. Ach du Scheiße. Nein. Fuck, wo ist er hin? Da ist er. Bleib stehen, Junge. Es gibt keinen Kommen. Du bist der Gesindel. Na, wir kommen noch langsam näher. Wie erwartet der? Verdammter Mist, Karl. Bleib hier. Hier lang ist er. Der Junge hat uns abgerenkt. Verdammt. Beschwer dich so viel du willst. Es wird ihn nicht dazu bringen, umzukehren. Ich hoffe, du hast einen Notfallplan. Reize mich nicht, Alistair. Dazu bin ich nicht in der Stimmung. Kehren wir zur Töpferwerkstatt zurück. Vielleicht konnten meine Männer jemanden gefangen nehmen. Sollte dem so sein, haben wir noch immer eine Chance, sie aufzuspüren. Hä? Aber wir haben den doch... Wir haben den doch... Der ist so hier rein. Na, verdammte Scheiße. Na gut, dann müssen wir wohl wieder zurück. Ich weiß nicht, ob das vorgesehen ist. Lebt da noch einer? Er wird ausreichen. Ich bin auf der Suche nach deinem Herrn, der sich die Mutter Henne nennt. Sag mir, was du weißt. Ihr gönnt mich mal. Ach, wenn er leben möchte, würde er wohl reden. Ihr seid nur verwundert. Ich habe Schlimmeres im Krieg gesehen. Ein Maester sollte euch zusammenflicken können. Es ist eure Wahl, Leben oder Tod. Ich kann euch beide Wünsche erfüllen. Ich möchte leben. Also müsst ihr euch mir ergeben. Ich bin Ser Alistair aus dem Hause Sarwick und ich werde euch zwei Fragen stellen. Ihr werdet uns sagen, wo wir euren Herrn finden und ihr werdet ihm euren Dienst entsagen. Ihr werdet ihn in keiner Weise warnen, dass wir kommen. Verstanden? Dann schwört es. Ich, Waldmatzierli, ergebe mich euch, Ser Alistair. Und ich nehme eure Bedingungen an. Ich schwöre auf den Vater, auf mein Leben und auf die Ehre meines Hauses. Nun gut, ich nehme eure Kapitulation an. Jetzt sagt mir, wo ich die Mutter Henne finde. Wir benutzen eine alte Gaststätte als unser Hauptquartier, das wir Hühnerhaus nennen. Es befindet sich im Flohloch-Bezirk. Gut. Zweifellos wird die Neuge bald jemand hierher führen. Ihr müsst die Person darum bitten, euch zu einem Meister zu bringen. Ihr werdet leben, CLA. Bedankt euch bei Rollor für seine Gnade. Du hast ihn genug bemuttert, Alistair. Der Wurm hat das nicht verdient. Lass uns gehen. Ach ja. Oh, noch mehr Kohle. Das ist ein Sebel, kriegen wir auch noch. Sehr schön. Äh, oh, was haben wir hier? Westeros Archiv. Äh, enthält den Eintrag Renly Baratheon. Okay, oder Renly Baratheon, wie es ruhig ausgesprochen wird. Gut. Okay, jetzt ist er tot. Verdammt. Scheiße. Hier kommen wir nicht lang. Gut, dann werden wir uns jetzt auf den direkten Weg zum Hühnerhaus begeben. Ähm. Und ich hoffe mal, dass wir da, äh, hier durchkommen. Jawohl. Dann werden wir ja mal sehen, äh... Wer die Mutterhenne wirklich ist. Es scheint ja wohl ein Typ zu sein. Derjenige, der sich die Mutterhenne nennt. Keine Ahnung, warum man sich... Oh. Oh. Zwei Silber noch bekommen kann. Und warum man sich, äh, die Mutterhände als Typ nennt. Oder ob man nur so genannt wird. Oh, das ist vielleicht doch eine Dame. Oh, noch mehr Mutterhennentypen. Du schade, der hat ein richtig geiles Schwert. Ändert mich jetzt wieder ein bisschen an Schilberi. Ein bisschen, ein bisschen. So, der macht natürlich mal wieder Gemetzel. Und niederschlagen. Und wir, äh... Machen wir zack und zack. Und machen wir ein bisschen Schnellfeuer. Äh, Rauchbombeflossen. Probier ich einfach mal aus. Mh, abgeschreckt. Okay, den nächsten haben wir da. Das ist bloß ne einer. Ja, mit den Valar als Tank klappt das eigentlich ganz gut. Da ist das Hühnerhaus. Unsere Jagd neigt sich dem Ende zu. Desir, ich hoffe, dass meine Blutsucher bereit sind. Ja, Sir. Sie umstellen das Haus, wie ihr es befohlen habt. Sie werden jeden töten, der versucht zu fliehen. Ausgezeichnet. Hinter den Fenstern hat sich etwas bewegt. Sie wissen, dass wir hier sind. Sie haben uns erwartet. Riechst du das, Alistar? Das ist der Geruch der Angst. Die Henne ist uns in die Falle gegangen. Der Kerl verflucht wahrscheinlich gerade seine eigene Dummheit. Du zapperst ja geradezu vor Freude. Warum auch nicht? Das ist ein Moment zum Genießen. Meine Feinde werden jeden Moment straucheln. Und ihr Fall wird meine Macht festigen. Das ist süßer Nektar für jemanden, der von seinem Schwert lebt, Alistar. Das verstehe ich unter Ehre. Angriff! Erstmal looten. Ein Stahlhammer. Sehr schön. Und drei Silber. So. Datyna Haus. Bin ich aber sehr gespannt. Denkt daran, die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, eure Gegner zu unterbrechen und die effektivste Waffe gegen ihre Rüstung zu wählen. Guck mal, hier gibt es sogar eine Truhe, die wir noch klündern können. Mit sieben Silbern drin. Wow. Okay. Okay, jetzt geht's los. Jetzt werden wir sie fertig machen. Sehr godrig, da sind sie. Kommt, kommt näher, damit ich eure Gesichter besser sehen kann. Sehr godrig. Das ist also der Name des Mannes, der sich hinter diesem lächerlichen Decknamen verbirgt. Ah, der verdammte Spürhund und seine Bande von Schurken. Unsere geschätzte Königin hat also ihre Hunde losgelassen. Ich werde euch eure Worte büßen lassen, alter Mann. Es wird mir eine Freude sein, eure Kehle aufzuschlitzen. Mein Herr wird erfahren, was geschehen ist. Er wird eure Köpfe aufspießen lassen und seid euch gewiss, dass Cersei Lannister dies nicht unbeschadet überstehen wird. Sein Verrat wird nicht ungestraft bleiben. Hm. Hm, ähm, denkt er, er kann mich mit Drohungen beeindrucken. Von welchem Verrat? Von was? Der hat's nicht getan. Oder habt ihr schlagfertige Beweise gegen meinen Bruder? Königin Cersei hat euch offiziell zum Feind der Krone erklärt. Sollte es einen Verräter unter uns geben, dann seid das ihr. Armer Wahnsinniger! Wisst ihr überhaupt, wen ihr angreift? Mein Herr ist niemand geringerer als Lord Jon Arryn. Die Hand des Königs? Unwichtig. Die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Niemand wird je erfahren, wer hier war. Darum werde ich mich persönlich kümmern. Und was euch angeht, Ser, wer auch immer euer Herr ist, euer Weg endet hier. Das ist der Wunsch der Königin. Ser Godric, flieht durch den Keller. Wir werden uns um diese Meuchelmörder kümmern. Möge der Krieger dich beschützen, mein Freund. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Harold, folge mir! Er darf nicht entkommen! Tötet sie alle!